Willkommen zurück zum zweiten Teil von der Oberon Gamblias bei Jacked Lions 2. Ich schaue mal, wie gut ich das jetzt hinbekommen werde. Eigentlich würde ich ganz gerne, dass der Typ noch ein bisschen näher kommt hier noch. Der Rest sieht ja noch keinen. Muss aber in die große Übersicht. Munitionen haben noch alle. Okay, dann haaren wir der Dinge, die kommen. Es ist immer noch sehr ärgerlich, dass hier nur ein einziges Fenster ist. Das macht es nicht ein, warum so ist. So. Okay, er hat mir schon mal den Gepfeil getan. Steht zwar immer noch in diesem bescheidenen Zaun drauf. Aber das interessiert die Fox nicht. Ja, sehr gut. Er hat auch verdammt gute Schutzaushostung an. Weil, erstens, ist der Schaden gering. Und zweitens, hat der letzte Tripper noch nicht mal Schaden gemacht bei ihm. Also der hat auch schon eine richtig gute Ausrüstung. Okay, mit Kralle kommen wir eh nicht weg. Wir schicken mal Blatt nochmal noch hier unten. Na, da hin, genau. So, guck mal bitte hier hin. Siehst du ihn? Ja. Immer noch. Und hinlegen. Okay. Ja. Aira kriegt auch nochmal eine Unterbrechung. Die hat ja eh keinen. Boah, wie sollte die nicht treffen? Okay. Ja. Ja, jetzt kommt natürlich auch bei ihr was. Boah, der kann ruhig versuchen zu schießen. Hat aber auch den Vorteil von den Bäumen. Ja. Oh Gott. Okay. Auf jeden Fall in den Ding. Noch ein Edith-Soldat. Vielleicht ziehe ich Barry hier auch mal ab und schicke den auch wieder mit nach hier unten. Ja. Ich glaube, das mache ich auch. Ja, ja, alles okay. Ah, und zwar da ist auch genau die richtige Position. Dann guck mal mit Aira nehme ich auch mal hin. Und da einmal hier lang gucke ich. Ja. So, der Edith-Soldat ist mir eigentlich wichtiger. Aber wir ducken uns ja eh nach jedem Schuss ab. Also egal. Okay, das war nur ein paar Scheiben, die wir getroffen hatten. Ja, Aira nimmt sich ihnen vor. Ja, schade. Bin bereit. Miss Fox. Sieht keinen. Ja. Mr. Blood. Sieht keinen. Okay, weiter geht's. In Fiffa kommen sie von Altseiten. Also nicht nur aus einem Sektor, sondern irgendwie aus mehreren Sektoren. zusammengekommen. Kann auch sein, dass wir nach Bino auch noch ein paar gekommen sind. Müssen wir mal die letzte Folge nochmal angucken. Als wir hier eingefallen sind, wie da die Verteilung war. Ja. Weil die habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ja. Shit. Okay. Ja. So, dann hat sich Karla für einen neuen Job beworben, nämlich genau den hier. Ja. Und Mr. Gump guckt einfach mal ins Leere. Kann uns eh nicht helfen. Ja. Ähm. Einmal hier bitte hingucken. Und einmal hinlegen. Erz. Ira. Hat noch genug. Meine Kanone verweigert den Dienst. Oh, bei ihr jetzt auch. Aber ich ziehe die war noch relativ... ...so die da war. Oh, die kriegt's überhaupt gar nicht gebacken. Wunderbar, Ira. Okay, immerhin noch der Treffer am Ende. Ja. Oh Gott. Ja, wir treffen noch. Hinten dann nur den Kopf. Hat sich erledigt. Ah, das könnte noch ein sehr langer Kampf werden. Aber wir haben eine gute Ausgangssituation. Hier in unserem Häuschen. Ja. Okay, Barry sieht keinen. Ja. Oh nein. Wir sehen nur noch den Typen. Ah, ja. 22 Euro. Okay, sehr gut. Mit Gesundheitsverlust. Ah, bei dem hilft nur... ...immer weiter rauffeuern, bis er nicht mehr steht. Ja. Ah, hol ich Blatt jetzt raus. Mist, ich weiß es nicht. Oh, jetzt noch mal Barry. Ja. Ah, okay. Er kriegt sogar noch die Unterbrechung. Oh, schade. So, der einzige Punkt, wo sie den Setzer angreifen könnten, wäre hier hinten. Weil das ist ja die einzige Richtung, in die wir nicht gucken. Okay, habe ich das Gefühl, dass schon wieder mehr dazu gekommen sind. Kann das sein? Ja, wir sind immer noch elf. Okay, Barry sieht ja gar keinen. Da ist der Feind. Ah, ich sollte doch nicht mit Ira aufstehen. Oh, hier ist sogar ein getarnter Typ. Oh, mein Gott. Hilft ihm auch nichts. Ah, nee. Verbraucht sein, eigentlich. Achter, okay. Ja. Ich sollte wohl besseren Abgang machen. Ja. Oh, so viele Elite-Soldaten. Unglaublich. Unglaublich. Okay, sehr gut. Sogar Soldat am Kopf getroffen, der Typ. Ist davon nicht bei Ihnen, Ruck. Ja. Okay, Blatt. Maria. Oh, natürlich auch direkt. Das war jetzt nur vier, das ist mir egal. Oh, warum sind die alle in dem Haus hier drin? Vielleicht doch keine so gute Idee, Blatt rauszuholen. Okay, Barry hat zum Glück nur einen Kratzer abbekommen. Aber, naja, okay, dafür sind es halt auch Elite-Soldaten. Die treffen halt mal den einen oder anderen Schuss mehr als wir. Dieses Gewehr weigelt sich zum Feuerenden. Haben natürlich auch viel bessere Gewehre als wir. Kommt ja auch noch dazu. Ja. Na, Kralle. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, so viele Elite-Soldaten. Scheiße. Ja, okay. Man tummelt sich hinter den Bäumchen. Ah, wer ist denn da noch? Okay, da sind nur die Elite-Soldaten. Alle außer Reichweite für Aira. Ja, da ist natürlich genau der Baubeweg. Ja. Okay, Blatt. Viel Erfolg. Oh, meine Knarre geht genau zur rechten Zeit kaputt. Ja, kommt raus. Kommt alle raus. Ich habe gerade was gehört. Okay, wir werden... Ja. Ganz schön zu tun haben, jetzt. Ja. Oh nein. Oh, fuck you. Äh, ja. Wir müssen jetzt hier ohne zielen. Einer. Zwei. Schade. Mein Gewehr tut's nicht. Äh, ja. Oh mein fucking... Ernst? Okay, äh, ja. Feuer, Feuerstoß mit Aira. Alter, alle daneben gesetzt. Okay, der trifft alle, aber es macht ihm einfach gar keinen Schaden. Ja. Oh Gott. Äh, ja. Mal gucken, wann die ersten Sona am Fenster stehen. Dass wir gar nicht mehr weg können. Oh Gott. Ja. Ja, exakt jetzt. Okay, das könnte aber auch einfach schon so reichen. Ja. 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 Okay, wir müssen... Verdammt, scheiße. Aber ich muss irgendwie so nah wie möglich rangehen, um mit Blatt vielleicht eine Granate schmeißen zu können. Ja. Ja. Ach so, hat dein scheiß Gewehr klemmt da noch? Oh nein. Ja. Ja. Reparier es. Oh, du Dämpf. Jawohl. Okay. Aber wenn man das... ...knarre erstmal wieder in Ordnung... Oh mein Gott. Ja. Was ist jetzt los? Hallo, Spiele? Hallo. Na? Die Eieruhr läuft. Ah, okay. Jetzt hat sie es beruhigt. Äh, ja. Viel Erfolg. Das ist auch der Richtige, ja. Okay, schade. Noch einen zweiten kriegen wir nicht hin. Ähm, 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 ähm. Oh, also wirklich... Aktion hat auch keiner mehr. Oh, man besucht uns. Oh, einen Einzelschuss kriegen wir doch hin, oder? Auch nicht. Oh, das wird jetzt... Ja. Mr. Barry Unger kriegt auch nichts gebacken. Oh. 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 Ja. Okay, das habe ich nicht verstanden. Oh, fuck you. Ja. Jetzt könnten wir aber auch... ...mause tot sein. Weil egal, was wir jetzt machen werden. Jetzt geht es nur noch um zu überleben. Maria. Oh Gott, komm schon. Nein. Ja. Okay, der ist aber weg. Und das ist gar nicht mal so verkehrt. Ja. Okay, Kralle. Bitte. Oh Gott. Mit dem Gewehr lässt sich nichts mehr anfangen, wenn ich nicht bald nachlade. Es bringt einfach nichts, den Leuten in den Kopf zu schießen. Ja. Ist ja unglaublich. Ja. Bin bereit. Okay, Fox kommt mal zur Unterstützung, falls es jetzt nämlich Unterbrechung geht sollte. Ja, okay. Mh, mh, mh. Goodbye, irgendjemand. Verflixt. Ich glaube, wir werden Blatt abschießen. Okay, drei. Damit kann ich leben. Verflixt. Scheiße. Ich muss einen Moment Pause machen. Bin schließlich keine Ahnung mehr. Oh Gott, jetzt wird es richtig kritisch. Aber wir haben nur einen Schuss. Nein. Oh, mein Gott, der geht genau zur rechten Zeit kaputt. Bin bereit. Ich haße es. Nein, wir müssen einzeln schießen. Oh, nee. Ich brauche Ammo. Ja. Okay, wir sehen keinen. Oh Gott, er hört wieder ein. Alles vor sich. Meine Kanone verweigert den Dienst. Ja. Okay, okay, okay. Oh, kurz sie. Oh. Ich wollte gerade sagen, kurz sie ruhig bewahren. Aber. Ich glaube, ich kriege gleich einen Anfall. Blatt. Okay, das ist einfach nur geschwächt. Oh nein. Verflixt. Oh, das war glaube ich keine gute Idee, hier auszukommen. Was machst du denn? Ja. Dein Moment. Um Atem zu holen. Ja. Okay, muss man nochmal kurz sagen. Wir haben keine gute Idee, dem Platz so weit nach vorne zu retten. Ja. Ich bin bereit. Ups. Hinten hocken. Ja. Du drehst dich so lang und hopst dich hin. Okay. Das sollte, denke ich, erst mal reichen. So, Mist. Marius. Marius. Ah, hopst dich. Oh, du bist heute. Der bist du doch. Ach, nee. So, gerade sieht keinen. Auf jeden Fall den Ding. Aira. Feuerstoß. Meine Kanone verweigert den Dienst. Okay. Sehr gut. 45. Ah, sogar ein Kopftreffer dabei. So, okay. Wir kriegen nochmal einen Unterbrechungsschuss. Haben natürlich zu wenig. Bin bereit. Aber mit Fox kann man immer schießen. Okay, ein Trepper. Verflixt. Scheiße, wir haben einfach zu wenig. Oh. 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 Verflixt. Ah. Okay, so eine Kochgranate. Ja. Gott. Ah. Das ist, I don't like. Okay, I don't like. Also, wir kommen aber zurück. Das gefällt mir. Ja. So, okay. Ähm. Ja. Äh. Immerhin bewegt sich der Typ. Ist ja schon mal was Positives. Wir sehen nichts. Miss Ira einmal Burst-Mode in ihn. Ja. Okay, sehr gut. Und einmal hinlegen. Ja. Die hat leider zu wenig. Aber die machen noch nichts. Ja. Puh, okay. Okay. Ja. Mr. Blood. Äh. Okay, du bleibst da stehen. Ja. Maria. Okay, und jetzt bitte Kopfschüsser. Es hilft. Ey, das ist ein normaler Soldat und das bringt nichts. Ist ja unglaublich. Ja. Oh nein. Ist ja wirklich unglaublich. Äh. Okay. Und keine Munition mehr. Mit dem Gewehr lässt sich nichts mehr anfangen, wenn ich nicht bald nachlade. Ja. Hab dich. Wir haben ja genug APs übrig. Meine Kanone verweigert den Dienst. Sehr gut, Ira. Und. Oh. Nochmal. Nimm das. Puh. Okay, okay. Okay. I like. Ach nee, dazu muss man sich hinlegen. Was? Äh. Ja. Maria. Ach, scheiße, der kriegt Unterbrechung. Okay, nur vier. Haben wir Glück gehabt. Äh. Kopfgelb. Okay. Verdammte Axt. Ira sieht nur ihn. Na, dann machen wir Burskopf natürlich wieder aus. No. Angehst du aus jetzt. Meine Knarre ist leer. Okay, Händling. Ja. Oh nein. Oh, dann treffen wir doch den Kopf. Nee, wir müssen auf ihn gehen. Äh, okay. Schade. Mein Gewehr tut's nicht. Ja. Hauptsache die Wache ist wieder okay. Und wir... Ja. ...bleiben mit Blatt hier. Ja. Oh, fuck you. Oh nein. Ja. Okay, die haben einfach nur durch die Vakuumgranate keine Ausdauer mehr. Das ist mir aber eigentlich bewusst. Sehr guter Treffer. Äh, das ist mir eigentlich wohl bewusst. Ja. So, die haben immer... Ja. Ja. Die haben doch bestimmt irgendwas zu trinken dabei. Ja. Das ist einfach, was zu trinken. Wieviel kostet mich das? Boah, 20 und es bringt einfach mal nichts. In so'n Gefecht. Ja. Oh nein. Das wär ungünstig gemacht. Nein, 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 nein. Oh, ein Glück hab ich noch. Wegzinke. Oh, verdammter. Er wirft einfach eine Granate nach der anderen hier rein. Oh nein. Aha. Ja. Maria. Ach, ich wollt ja kacke. Ja. Der Herr hat mir beigestanden. So, der Herr wird ihm jetzt erstmal schöne Granate vor die Füße werfen. Und zwar auch bitte vor die Füße. Dankeschön. Da war auch gleichzeitig noch ein Zweiter. Ja. Sorry. Blatt machen uns gut. Scheiße, wir sehen keinen. Ja. Ah, wir haben direkt noch eine Zweiter. Schade, können wir leider nicht. Ja. Oh nein. Okay. Schade, okay. Ja. Aira. Ah. Da ist Modus aus. Da ist Modus aus. Und. Oh, sehr gut. Meine Knarre ist leer. Ja. Gerne legen wir uns halt nicht hin. Ja. Ja. So. Also bevor die hier bei uns Granaten einschmeißen. Maria. Oh, er kriegt wieder den Vorteil. Ja. Den kriegt er nicht. Aber jetzt gibt es wieder die lange Eieruhr. So, mal kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, hier ist auch keiner gestorben, den wir angeschossen hätten. Und ich sehe gerade, warum nehme ich denn nicht die Schrotflinte? Also, aus der Distanz ist doch viel, viel effektiver. Aber das fällt mir auch jetzt erst ein. Ach, ich glaube ich weiß warum, weil ich hier nach jedem Schuss nachladen muss. Ja, scheiße. So muss man nachladen sein, aber... Ah, schade. Okay, gerade sie lieben, dass es gut ist, dass er immer aufgestanden ist. Kein Problem. Schade. Mein Gewehrtum ist nicht. Schade. Ja. Ja. Okay. Oh, so war noch ein Treffer. Die Frage, wie war ein Blatt mal um die Ecke. Verdammt. 35. Da, schau hier. Nein. Okay, der haut ab. Ja. Weiter haben wir erstmal trainiert. Ja. Marius. Mr. Barry Unger. Ah, 53. Können wir sogar immer schießen. Aber... Wir probieren uns einfach mit Aira. Ah. Okay, der sturm. Ja. Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut. So, aber der Typ da hinten... Den werde ich nicht hinter den Bombe kriegen. Hätte ich gedacht, aber... Läuft. Ja. Barry legt sich bitte hin. Ja. Ich weiß, dass der Typ hier noch umnimmt. Verdammt. Ah, 35. 43, 43, ja. Oh, meine Knarre geht genau zur rechten Zeit kaputt. Unfucking fassbar. Okay, jetzt steht er auf. Ah, jetzt wirft er seine Granate wahrscheinlich, ja. Oh, ich muss einen Moment Pause machen. Bin schließlich keine 18 mehr. Ja. Ja. Maria. So, dafür gibt es aber gleich die Quittung von mir. Oh, bitte. Bitte. Oh. Oh. Nicht schlecht. Ja, 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 Ira. Das machen wir gleich. Ja. Shit. Gut. Gut. Aber... Er macht 12, aber wir legen uns mal hin. Ja. Barry sieht keinen. Bleibt aber trotzdem jetzt mal hoffen. Ja. Okay. Ah. Das gefällt mir. Okay, der ist tot. Ja. Erb. Ja. Zeit, den Müll rauszubringen. Okay, jetzt wird's beschissen. Ja. Merde. So. Erb. Ja. Blatt. Hast du was zu trinken? Hast du was zu trinken? Ach so. Wir sind noch eine Runde. Denk daran. Es ist noch mindestens einer übrig. Aber wir haben den Vorteil, dass wir anfangen dürfen. Oh. Oh, meine Knarre geht genau zur rechten Zeit kaputt. Was jetzt kein Vorteil mehr ist. So, jetzt bitte ihn hier. Der wäre wichtig. Ah, knapp dahinter. Scheiße. Ah, ah, ah. Miss Ira. Miss Ira. Miss Ira ist. Ja. Oh. Der lebt trotzdem noch. Aber Treffsicherheit. Schon auf 63. Muss ich mal danach gucken, wie wir mit Ira angefangen haben. Ja. Die war, glaube ich, deutlich. Die war 50. 53. Ja. So, sichern. Ja. Blatt. Kannst auch rennen. Okay. Sehen wir keinen mehr. Ja. Ich habe gerade was gehört. Oh, Mann. Das war knapp. Die Frage ist, wo war der Typ? Ja. Maria. Da ist der Typ. Ah, genau das Fenster. Immerhin wissen wir mal, woher er ist. Also, aus welcher Richtung meine ich. Ähm. Ja. Sie können ihn eigentlich. Nee. Bin bereit. Fox. Boah. Durch die Tür. Durchs Fenster. Von dorthin. Respekt. Ja. Bin bereit. Glaublich. Kannst du aus der Sicht weitergehen. Ja. Oh nein. So, jetzt muss man es aber schaffen. Kommt schon. Ah, der liegt daneben. Wir bleiben jetzt auch. Definitiv. Hopp. Sehr gut. Bingo. Oh. So, der ist tot. Der ist tot. Ja. Ja. Tyra fängt auf jeden Fall mal an jetzt. Mit der Heilung. Äh, sich selber bitte. Okay. Bin bereit. Ah, die Fox rennt mal Richtung hier oben. Oh, ja. Zu wenig Aktionen dafür. Ich hab gerade was gehört. Bin bereit. Schade. Obwohl wir ihn hier schon sehen. Ne, noch nicht. Ja. Hier ist was. Aber kein Gegner. Ähm. Ja. Wir kriegen wieder eine Unterbrechung. Verdammt. Ah, jetzt ruft er wieder was. Ah, ich hatte diese Wacom-Granate. Ach, ich mach mal ein bisschen ein Blödes. Ich glaub, ich weiß wie. Ähm. Du hast da auch eine Wacom-Granate. Ich schmeiß mal das Ding bitte hier hin. Da, schau her. Okay, sehr gut. Der nimmt mich jetzt auf den Boden. Maria. Dann. Der wird doch zu wenig Energie. kommen, um zurück schießen zu können. Ja. Okay, er schafft's noch nicht mal aufzustehen. Noch besser. Und er stirbt. Ja. Ach, hervorragend. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, okay. Du schießt mit irgendwo hin. Mir geht rein. Ich überrasch mich immer wieder selbst. Der ist... Ja, das machen sich ja noch nicht alle von Daydrunners. Okay. Okay, so, dann sind hoffentlich nur die drei vom Anfang durch. Vier sind's noch. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Der zählt ja noch als quasi lebender. Ja, ja. Ja, ja. Okay, bevor du was vergessen hast, Ayra. Einmal wieder heilen. Okay, fertig verbunden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Da liegt was. So, weiter geht's. Ja, ja. Ob das wohl brauchbar ist? Was ist das? Der verliert leider nur Munition. Da liegt was. Das ist gut. Ja. Okay, okay. Da haben wir noch einen. Oh Gott, das ist auch noch ein getarnter Elite-Soldat. Oh Gott. Es hört einfach nicht auf. Ähm, okay. Ja. Äh, ja. Gumpy ganz bestimmt nicht. Ja. Äh, mit Barry. Ja. Und Kralle. Good. Es sind zumindest noch die, die am meisten Power haben. Bin bereit. Fox sichert mal nach hinten ab. Da ist irgendwas. Tonfahr, okay. Ja. Gumpy, guck bitte auch nach hier. Ayra, guck nach dort. Wir wenden die Runde nach. Ja. Ayra kriegt die Hinterbrechung. Oh, okay. Da oben. Oh, schieß einfach mal. Meine Kanone verweigert den Dienst. Okay. Oh Gott. Ja, okay. So, er holt Unterstützung. Und wenn es jetzt wieder Unterstützung aus anderen Sektoren ist, weiß ich nicht. Ja. Ja. Ah, Blatt kommt ja hier oben jetzt drauf. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir nicht an diese Sachen hier rankommen. Ja. Oh nein. Ist okay. Wir müssen jetzt sogar raufkommen. Ja. Barry kommt definitiv nicht rauf. Aber das ist mir egal. Ja. Bin bereit. So, Fox geht an die Ecke. Wer stört denn? Der lebt ja immer noch, der Typ. Also, Leben in Anführungszeichen. Bin bereit. Ja. Leben am Limit. Das zählt als Rucksack, okay. Weil das ja nicht bei allen als Rucksack zählt. Ja. Also bei Kratten zählt zum Beispiel nicht als Rucksack. Was, 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 was? Ja. 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 Ah, tada. Okay. Blatt kommt hier hin. Upsala. Ja. Barry. Bitte an die Ecke. Okay. Ja. Ira kriegt hier noch die Überrechnung. Meine Kanone verweigert den Dienst. Oh Mensch, Ira. Oder sogar hat er eng, dafür, dass er zweimal abgefälscht war. Okay, der versteckt sich hinterm Bäumchen. Und da war ein Elite-Soldat. So, meine Lieben. Jetzt sind wir schon bei über einer halben Stunde für die Folge. Muss ich leider wieder abbrechen. Und in der nächsten Folge dann es tatsächlich dann zu Ende bringen, diesen Sektor einzunehmen. Es ist wieder ein übermäßig langer Kampf. Aber spannend bis zum Ende. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.